Ferdinand Malens seit 1862 Ritter von Malens war ein bayerischer General und Erzieher von König Ludwig III., sowie seinem Bruder Prinz Leopold von Bayern. Leben, Herkunft Er war der Sohn des aus St. Menges bei Sedan in Frankreich stammenden und von dort während der Revolution geflohenen bayerischen Zolleinnehmers Christoph Malens und dessen Ehefrau Magdalene Stepani aus Mainz. Der Vater amtierte zunächst als Zollbeamter im pfälzischen Neuburg am Rhein ab 1821 in Gemmersheim. Seine erste Frau starb beim Umzug in die Festungsstadt. Dort heiratete er 1822 die Notarstochter Dorothee Geiger aus Lauterburg. Militärkarriere In Neuburg am Rhein aufgewachsen, verließ Malens bereits im gleichen Jahr die Familie und trat als Kadett in das bayerische Artillerieregiment ein, welches in Landau garnisonierte wurde er unterleutnant, ab 1833 Mathematiklehrer beim Kadettenchor München. 1838 avancierte er zum Oberleutnant und 1845 zum Hauptmann. Von 1852 bis 1863 wirkte Malens im Haus des Prinzen Louis-Pold als Lehrer und Erzieher seiner Söhne Ludwig und Leopold. Ab 1855 unterstützt von dem Offizier Heinrich von Wallade, jüngerer Bruder des Speyerer Geistlichen Josef Max von Wallade. Zu jener Zeit ahnte niemand, dass Prinz Louis-Pold einmal der Regent des Landes und sein Sohn als Ludwig III. dessen König werden sollte. 1862 erhielt Malens das Ritterkreuz des Verdienstordens der Bayerischen Krone. Damit verbunden war die Verleihung des persönlichen Adels und er durfte sich nach Eintragung in die Adelsmatrikke Ritter von Malens nennen. 1864 wurde er Kommandant des Kadettenchor und Leiter der Münchner Artillerie- und Genieschule. Im Deutschen Krieg 1866 beförderte man Malens zum Generalmajor und er wirkte als Vertreter Bayerns im österreichischen Hauptquartier des Oberkommandierenden Ludwig von Benedek. Hier erhielt er den Orden der Eisernen Krone II, Klasse mit Kriegsdekoration. Während des Deutsch-Französischen Krieges 1871 befehligte er die 1. Feldartilleriebrigade im Verband des I. Armeekorps unter General Ludwig von der Tann. Bereits 1842 hatte Malens sein mathematisches Fachbuch publiziert, welches den Titel trug. Theoretisch-Präktischer Unterricht im Rechnen, zunächst für die niederen Klassen der Regimentsschulen der König, Bayer, Infanterie und Kavallerie und zum Gebrauche jener, die sich über die Gründe beim Rechnen selbst unterrichten wollen, laut Titelseite zu der dritten Auflage dieses Buches war Malens auch Ritter des Großherzoglich-Toskanischen Ordens vom H.L. Josef, der als Verleihungsbedingung das Bekenntnis zum katholischen Glauben voraussetzte. 1887 erhob man den verdienten General in den erblichen Adelsstand. Seine letzte Ruhestätte fand Malens auf dem alten südlichen Friedhof in München. Familie er war seit 1830 mit Adelheid Weibner, Tochter des Münchner Justizbeamten Sebastian A. Louis Weibner, verheiratet. Das Paar hatte vier Söhne und drei Töchter. Sein Enkel Karl Ferdinand von Malens schlug ebenfalls eine Militärkarriere ein. War zuletzt Kommandeur der Erste Feldartilleriebrigade und wurde als Generalmajor verabschiedet. Er war mit Renata von Miller, Tochter des Erzgießers Ferdinand von Miller, verheiratet. Ein anderer Enkel, Ernst Karl von Malens, hatte Laura von Maffei geerlicht, die Tochter des bayerischen Eisenbahnbarons Hugo von Maffei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017